Ich wollte heute Abend mit euch etwas besprechen, über das Fundament des Glaubens. Das ist so wichtig. Wenn wir nicht das richtige Fundament haben, dann können wir alles Mögliche darauf bauen. Aber nach einer Zeit wird es wieder zusammenfallen. Oder es sieht nicht gut aus. Es ist schief. Es ist anstrengend. Es ist anstrengend, Dinge, die auf einem falschen Fundament stehen, die am Leben zu erhalten. Was sollte das Fundament unseres Lebens mit Jesus sein? Da kann man viel zu sagen. Als Johannes der Täufer Erweckung gepredigt hat, das war der letzte alttestamentliche Prophet. Davor gab es 400 Jahre gar keine Propheten. Das war sehr, sehr trocken in Israel. Da war Religion. Die Leute haben gebetet. Die Bibel gelesen. Zur Kirche gegangen. Gefeiert. Die Feiertage eingehalten. Gefastet. Aber es war genauso trocken. Diese Religion war genauso trocken wie jede andere. Und wir Menschen, wir werden sehr schnell religiös. Wenn das Wesentliche fehlt. Ganz schnell. Wir arbeiten über 40 Jahre mit drogenabhängigen Menschen. Die waren im Gefängnis. In der Psychiatrie. Die sind fast gestorben. Und so weiter. Und die haben keine Ahnung von Gott. Und dann kommen die zu uns. Und die wissen, wir sind ein christliches Haus. Dann kommen die zu uns. Und dann schauen sie sich so um. Dann versuchen sie herauszufinden, wie muss man sich hier verhalten. Und innerhalb kürzester Zeit reden die genauso wie die alten Christen. Ruckzukeben die ihre Hände. Und dann beten sie auch. Und dann verhalten sie sich so. Und Leute, die keine Ahnung haben. Die denken, wow, was sind das für tolle Christen. Und dann nach ein paar Monaten. Manchmal nach ein paar Jahren. Werden sie wieder rückfällig. Was ist der Punkt? Sie haben nicht das Fundament in ihrem Leben, was sie haben müssen, um wirklich durchzukommen. Der brennende Dornbusch. Der brannte. Und brannte. Und verbrannte. Und verbrannte nicht. Wenn du religiös bist, wirst du verbrennen. Dann ist dein Leben ruckzuck Asche. Und dann kann jeglicher Wind kommen, und weg bist du. Und dann musst du wieder von vorne anfangen. Und dann passiert dasselbe. Und dann bekehrst du dich zum dritten Mal. Und dann brauchst du noch eine Konferenz. Miltari hat eine Erfahrung mit Gott gemacht. Die halten am Brand bis zum heutigen Tag. Was ist das? Was ist unser Fundament? Was ist unser Fundament? Ich fange nicht mehr an, mit euch zu diskutieren. Ich möchte euch etwas vorlesen. Aus 1. Korinther 2.1 bis. Let's see. Kannst du das vorlesen? Ja. Achduu naara. Ta nar loo ochto bii. Ta bühtii dh üg yari a. Mergyn uchaan y daumgal laara. Bochny nocig tonhgaglach biiisn gooi. Uch naarn. Ta nar ain dond bii. Jesus Sirist bolong. Sawdlagsson tunis өr. Yamarj zulig. Metiggoo bachiar shiitsi yi. Mughis badl. Adis. Ulamjain. Jichiril doktor. Be ta nar taa. Hamt biiis. Minii uag boolod. Minii tonhgaglal. Mergyn uchaan y. Amen. Euer Glaube stehe nicht auf der Weisheit der Menschen, sondern auf der Kraft Gottes. Euer Glaube stehe nicht auf der Weisheit der Menschen sondern auf der Kraft Gottes. Im Kapitel 1 da lobt der Paulus diese Gemeinde. Er sagt, ich bin so stolz auf euch und ihr habt alles die Fülle, weil ihr an nichts anderem interessiert seid als an der realen Offenbarung Gottes. Diese Gemeinde war voller Sünde. Da waren Spaltungen. Da war sexuelle Unmoral. Da war Götzendienst. Diese Gemeinde, wenn wir sie von der Seite betrachten und Paulus hat das auch gemacht, war voll, voll von bösem Zeug. Aber was hat Paulus gemacht? Hat er gesagt, wir müssen mal lehren über christliche Werte. Wir müssen uns mal genau anschauen, wie Erziehung auszusehen hat. Wir müssen uns genau anschauen, wie ein Ehemann sich verhält mit der Ehefrau. Der ganze Bereich von Lüge und Wahrheit. Und so weiter und so weiter. Hat er das gemacht? Er hat über diese Dinge gesprochen. Und dann hat er gesagt, jetzt befleißigt euch der Geistesgaben. Seht zu, dass der Heilige Geist sich noch mehr ausbreitet unter euch. In 2. Korinther 13, 13. Da sagt er, ich segne euch mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Der Einzige, der mit uns fertig werden kann, ist der Heilige Geist. Der Einzige, der dich heilen kann in deinem Körper, ist der Heilige Geist. Der Einzige, der dein Denken verändern kann, ist der Heilige Geist. Der Einzige, der dich befreien kann von allen bösen, bösen Flüchen, ist der Heilige Geist. Der Einzige, der dich führen und leiten kann, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist führt dich in alle Wahrheit. Als ich junger Christ war, und ich die Gemeinden kennenlernte, da wollte ich lernen. und ich dachte, alles, was da so läuft, das ist richtig. Und da habe ich alles übernommen in meinem Leben. Weil ich wollte ja lernen. Und dann sagt der Heilige Geist eines Tages, was machst du da? Da läuft so viel, was ich nie gesagt habe. Du stehst wirklich in der Gefahr, religiös zu werden. Ich wollte die Kranken heilen. Und dann kamen so vollmächtige Amerikaner. Und dann habe ich mir angeguckt, wie die das gemacht haben. Und dann haben sie den Leuten auf den Rücken geschlagen. Und dann haben sie geschrien. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mich total erschrocken. Ich habe mich wirklich total erschrocken. Wir Deutschen sind nicht so. Wir sind eher ruhiger. Außer beim Fußball. Das ist mir sehr laut. Und dann habe ich gedacht, so macht man das. Und dann habe ich den Leuten auf den Rücken geschlagen. Und dann habe ich geschrien. Und dann sind die nicht gesund geworden. Und die sind zu mir gekommen. Warum hast du mich geschlagen? Mein ganzer Rücken tut weh. Ich bin nicht gesund geworden. Und mein Rücken tut mir jetzt auch weh. Und so vieles, so vieles, so formeller. Der Heilige Geist wird euch in aller Wahrheit führen. Der Heilige Geist ist mein bester Freund. Absolut mein bester Freund. Und ich liebe es, wenn der Heilige Geist wirkt. Ich liebe es, wenn es uns gelingt, aus dem Weg zu gehen und der Heilige Geist kann kommen. Schaut mal, als Johannes der Täufer gepredigt hat. Da haben sie alle gedacht, das ist der Messias. Endlich kommt er. Wir haben so lange gewartet. Endlich kommt neuer Wind. Endlich kommt neuer Wind. Endlich kommt neuer Wind in den Mongolei. Und dann sagt Johannes, ne. Ne, ich bin das nicht. Ich bereite nur den Weg. Aber nach mir kommt jemand. Und dann hat er Jesus vorgestellt. Und er hat nicht gesagt, nach mir kommt der Messias. Der wird vor euch am Kreuz sterben. Der wird eure Sünden vergeben. Der wird euch mit dem Vater versöhnen durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Der hat Jesus ganz anders vorgestellt. Nach mir kommt er. Und ich bin nicht weh, dass ich ihm die Schuhe zu binde. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand eine Ahnung gehabt hat, was das bedeutet. Die Leute haben gesagt, ah, was ist jetzt mit ihm los? Bisher war das alles so logisch, was der gepredigt hat. Was bedeutet das mit dem Heiligen Geist und Feuer getauft zu werden? Und dann plötzlich taucht Jesus auf. Und steht vor Johannes. Und der merkt sofort, das ist der Messias. Und er will sich taufen lassen, der Messias. Und er hat gesagt, nein, nein, nein. Johannes sagt, nein, nein, nein. Und Jesus sagt, doch, 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 doch. Die Schrift muss erfüllt werden. Und dann wird er getauft. Jesus, der Sohn Gottes, kommt aus dem Wasser. Der Himmel geht auf. Und der Heilige Geist kommt auf ihn. Und zur gleichen Zeit eine Stimme. Das ist mein geliebter Sohn. Den sollt ihr hören. Den sollt ihr hören. Das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Mit dem Heiligen Geist kam sofort die Bestätigung des Vaters. Der Heilige Geist ist der Segen des Vaters. Und dann sehen wir, von dem Moment an wird Jesus vom Heiligen Geist geführt und geleitet. Im Römer 8.14 heißt es, das sind die Söhne, das sind die Töchter Gottes, die vom Heiligen Geist geführt werden. Von was wirst du geführt? Wer führt dich in deinem Leben? Wer führt dich? Führt dich der Geist Gottes? Oder wirst du von anderen geführt? Oder wirst du von Krankheit geführt? Oder wirst du von Umständen geführt? Oder von finanziellen Nöten? Probleme führen dich. Menschen führen dich. Wer führt dich? Das wunderbare Werk des Heiligen Geistes ist, dass du eine ganz persönliche Beziehung mit dem Vater haben kannst. Wenn er sich in deinem Leben ausbreitet, der Geist Gottes, dann hörst du das permanent. Er selbst, der Vater hat dich lieb. Er selbst, der Vater hat dich lieb. Und dann wird Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Ich wusste lange nicht, was in der Wüste ist, bis ich in der Wüste Gobi war. Und da haben wir Gewaltiges mit Gott erlebt. Und der Teufel kommt. Und der Teufel kommt. Und der ist wirklich religiös. Er glaubt gar nicht, wie religiös der Teufel ist. Und er kommt mit lauter Bibelstellen. Und versucht Jesus. Und Jesus kommt auch mit dem Wort Gottes. Und widersteht ihm. Und nach 40 Tagen kommen die Engel Gottes und dienen Jesus. Engel sind was Wunderbares. Engel sind dienstbare Geister für uns, die helfen uns. In meinem Leben kommen oft Leute und sagen, boah, ich hab wieder Engel um dich herum gesehen. Einmal hab ich in Berlin gepredigt. Und der Heilige Geist hat mächtig gewirkt. Die ganze Gemeinde lag auf dem Boden. Die standen nicht wieder auf. So eben hinfallen. Und dann schnell wieder aufstehen. Hey, entspann dich. Du darfst die Gegenwart Gottes genießen. Du darfst sie aufsaugen. Der Geist Gottes möchte in dich reindringen. Viele sind hier wie ausgetrocknete Schwämme. Du bist hungrig, aber auch wie ein ausgetrockneter Schwamm. Ein ausgetrockneter Schwamm ist hart. Da kannst du nichts mitmachen. Versuch mal mit einem trockenen Schwamm irgendwas sauber zu kriegen. Der geht eher kaputt. Also muss er ins Wasser. Wenn du ihn nur kurz ins Wasser tust und holst ihn wieder raus, ist er immer noch hart. Ein harter Schwamm muss drinnen bleiben, eine ganze Zeit. Und dann so ganz langsam. So ganz langsam wird er durchdrungen. Es braucht wirklich eine Zeit. Und dann ist er wieder voll gesogen. Und dann kannst du ihn wieder benutzen. Fenster sauber zu machen oder was auch immer. Viele sind so. Wenn du nur kurz reintauchst und wieder raus, du bleibst trocken. So Jesus hatte eine wirkliche tiefe Beziehung zum Heiligen Geist. Wenn du sein Leben studierst, dann siehst du, wie er in einer ganz, ganz intimen Partnerschaft mit dem Heiligen Geist gedient hat. Und er hat sich das immer wieder geholt, diese Frische hat er sich immer wieder geholt in der Gegenwart des Vaters. Viele Christen funktionieren einfach. Du bist so busy und so busy und alles ist so anstrengend. Und so viele Christen sind so müde. Wir sind nicht berufen, müde zu sein. Wir sind berufen, frisch zu sein. Wir sind berufen, feurig zu sein. Ein brennendes Herz. Nächstes Jahr müsst ihr alle nach Lüdenscheid, nach Deutschland kommen, in unsere Stadt. Wir haben eine fantastische Konferenz. Wir feiern unser 40-jähriges Jubiläum. Und weil sie aus vielen Nationen kommen. Und wir haben wirklich großartige Gastredner da. Und Tom, du solltest diese Band mitbringen, die hier auf der Bühne war heute. Und das Thema von der Konferenz. Brennendes Herz. Ein Christ, wenn er nicht ein brennendes Herz hat, ist schrecklich. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Kalte Christen sind schrecklich. Trockene Christen sind schrecklich. Christen, immer nur Probleme ausstrahlen, sind schrecklich. Oder die nur funktionieren und nur technisch sind. Es ist alles schrecklich. ist religiös. Du machst all die Christlichen Übungen, aber dein Herz brennt nicht. Da ist nicht dieses Feuer, der brennende Busch, das immer brennt und brennt und brennt. Gott ist Feuer und er schläft und schlummert nicht. Er ist 24 Stunden wach. Dieses Feuer brennt immer. Das brennt an dauernd, das ist immer frisch. Es verbrennt niemals. So viele Christen brennen aus. Sie sind so müde, dann sind sie depressiv, dann fahren sie wieder in Sünde und dann brennen sie aus und manche bringen sich sogar um. Depressionen. Woher kommt das? Zu viele Feuer. Zu viele Feuer nebeneinander. Das kostet Kraft, wenn du gleichzeitig viele Feuer ernähren musst. wenn du deine geheimen Sünden weiter pflegst oder andere Leidenschaften. Das geht gar nicht. Es darf nur ein einziges Feuer in unserem Leben geben. Das ist das Feuer des Heiligen Geistes. und das Feuer des Heiligen Geistes ist Kraft. Wenn du jemanden siehst, der ausbrennt, wenn du jemanden siehst, der müde und depressiv und depressiv und der mal fröhlich war, dann weißt du, der hat noch andere Feuer. bei Jesus war das nicht so. Der wurde dann vom Heiligen Geist geführt. Und in dem Moment, wo er öffentlich auftrat, da liefen die Menschen in Scharen hinter ihm her. Wir lesen manchmal, die waren so dicht gedrängt auf ihn, dass sie sich untereinander auf die Füße tragen. Die wollten ihn einfach nur anfassen. Ich komme in manche Regionen dieser Welt, zum Beispiel in Indien oder Pakistan. Wenn du da predigst, manchmal musst du noch nicht mal einen Aufruf machen. Die Leute kommen in Scharen. Und dann wollen sie alle an dich dran. Dann eine Hand anfassen. Dann legen sie ihre Hand auf sich. Wollen einfach nur eine Berührung haben. So ähnlich war das bei Jesus auch. Schaut mal, die religiösen Lehrer, die haben ja Gott Abrahams, Isaks und Jakobs verkündigt. Und das hat das Leben der Leute so schwer gemacht. die waren so belastet. Die waren so müde von der Religion. Am Sabbat da darf ich nur tausend Schritte gehen. Wenn ich tausend und ein Schritt tue, dann kommt der Fluch Gottes auf mich. und das darf ich nicht essen und das darf ich nicht essen. Und so muss ich mich verhalten und dies und das und das und dann muss ich den Zehnten geben. Och, was waren die müde. Die waren so müde. Und dann kommt auf einmal Jesus, der Wanderprediger. Der kommt ganz anders. Der hat noch gar nichts gesagt. Da kommen die Leute. Wow! Die spüren das Leben. Wir spüren alle das Leben. Du spürst, wo Leben ist. Geh niemals dahin, wo kein Leben ist. Das tötet dich. Wenn du in eine Gemeinde gehst, wo kein Leben ist, das tötet dich. Das macht dich müde. Und irgendwann sitzt du da und füllst nur noch einen Platz. Aber sonst berührst du gar nichts mehr. Du musst da sein, wo das Leben ist. Das ist ein Zeichen von Jesus, das Leben da ist, wo er ist. Und das haben die Leute gemerkt. Und dann wollten sie nur noch zu ihm hin. Die haben die Kranken von überall her geschleppt, als ich das erste Mal in der Mongolei war. Wir hatten keine Ahnung, was wir machen sollten. Weißt du, wie ich in die Mongolei gekommen bin? Ich hatte gerade eine riesige Veranstaltung in Berlin hinter mir. 60.000 Leute durch Berlin. Den ganzen Tag haben wir Jesus angebetet. Und Tausende von Menschen haben sich in Berlin bekehrt. Und es war viel Arbeit, viel Vorbereitung. Wir haben den Heiligen Geist neu nach Deutschland eingeladen. Und er kam. Und dann war ich froh, dass es vorbei war. jetzt hast du bald ein paar Tage Urlaub. Und dann kommt so ein kleiner Junge. 6, 7, 8, dann steht er da vor mir und dann sagt er, Walter, wir müssen in die Mongolei. Ich sag, was? Ja, wir müssen in die Mongolei. Gott will uns in der Mongolei haben. Weißt du, wo die Mongolei ist? Gott hat gesagt, wir müssen in die Mongolei. dann sagst du ihm, dann sagst du ihm, was sollen wir da tun? was sollen wir da tun? den Armen helfen. die sind so arm. ich sag, woher weißt du das? das hat mir Gott gesagt. so ein kleiner Junge. ich sag, weißt du sonst noch, was über die Mongolei? Wir sollen das Evangelium verkündigen. Ich sag, wann sollen wir da hin? Jetzt? Ja, was? Ich habe mich nie mit der Mongolei beschäftigt. Nur als kleines Kind habe ich die Filme gesehen. Cingis Khan. Wow, das hat mir gefallen als kleines Kind. dieser große Führer. Der große Krieger. Wie all die Stämme vereint hat. Die ganzen zerstrittenen Stämme hat er vereint. Und dann haben sie die Welt erobert. Mann, als ich einmal das erste Mal auf der Mauer da in Peking war. Ich weiß nicht, ob du die Mauer jemals gesehen hast. Sag ich, wow, was für eine Mauer die gebaut haben. da haben sie mir gesagt, möchtest du zu Fuß hochgehen oder möchtest du auf einem Esel reiten? Und ich dachte, doch, die kleine Mauer, die gehe ich eben hoch. Ach du liebe Zeit. Ich war total fertig, als ich da oben ankam. Und dann konnte ich die Mauer überall sehen. Und dann haben sie mir erzählt, wie viele Tausende von Kilometern die Mauer ist. Ich dachte, warum haben die so eine Mauer gebaut? Und dann haben sie mir gesagt, aus Angst vor Genghis Khan. Aus Angst vor Genghis Khan. Mann, haben die Angst gehabt. Das ist das, was ich wusste von der Mongolei. Dass Genghis Khan die ganze Welt eingenommen hat. Da steht der Junge vor mir. Jetzt in die Mongolei. Ach du liebe Zeit. Ich habe gebetet, Gott. Bist du das? Kennst du das? Gott redet zu dir. Das ist so verrückt, dass du das gar nicht glauben kannst. Meistens, wenn Gott redet, ist es total verrückt. Gott ist verrückt. Der ist total verrückt. Der macht Sachen, die sprengen unseren Verstand. Der hat die Welt geschaffen durch ein Wort. Wer kann das? Niemand kann das. Ein Wort, der stand das. Zack, es werde Sterne. zack, es werde dann waren die Tiere da. Die pflanzen. Und, 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 und alles an einem Tag immer. Und dann hat er zack. Und da war der Mensch da. Und alles, über allem, über jede Schöpfung hat er gesagt, es war gut. Aber als er den Menschen geschaffen hat, das hat er sehr gut. Sehr gut. Das ist Gott. Wenn der kommt, das ist so verrückt. So verrückt. Jesus, es geht, es ist unterwegs. Er heilt die Kranken. Und er ist in dieser Blinde. Und er hört, Jesus kommt in meine Stadt. Der ist so 40 Jahre alt. Er ist blind geboren worden. Und jetzt hört er, Jesus kommt in meine Stadt. Und jetzt funktioniert er so wie viele Christen. Vielleicht berührt er mich. Vielleicht legt er mir die Hände auf und betet für mich. Vielleicht kommt er auch mit, vielleicht kommt er mit Öl aus Jerusalem. und dann salbt er mir ein Kreuz dahin. Und dann werde ich geheilt und gesegnet vielleicht. Und er hört, dass Jesus kommt, immer näher. Und er ist ganz voller Erwartung. Und dann steht er da, die Augen zu, die Hände geöffnet. Und er denkt, auch wenn Jesus mich nicht berührt, aber sein Ministry-Team, vielleicht sein Ministry-Team, vielleicht singen sie um mich herum und tanzen und fahnen und ich werde gesegnet. Dann stand er da. Jetzt kommt Jesus. Und dann, was macht er denn? Was macht er denn schon wieder? Spuckt er auf die Erde. So ein Matsch und der Blinde steht da. Voller Religiosität. Voller religiöse Gefühle. Und gleich wird er mich berühren. Seine heilige Hand auf mich legen. Und Jesus wird es am Matsch machen. Das macht ihm Spaß. Und dann nimmt er den Matsch und dann steht er vor dem Blinden. Und der Blinde. Wer war das denn? Alle religiösen Gefühle waren weg. Alle. Alle. Der hat sich vielleicht so gedemütigt gefühlt. Der hat sich das alles anders vorgestellt. Einer der grössten Götzen in unserem Leben ist unsere Vorstellung. Wie Gott zu handeln hat. Der Heilige Geist hält sich aber auch gar nicht an unsere Vorstellung. Der hat sich so gar nicht da dran. Einmal habe ich in Brasilien gepredigt. Und sie war so gerade zehn Minuten zu Gange. Und es war eine ziemlich große Veranstaltung. Und dann kommt so eine Frau den Gang runter. Und die hat so gehumpelt. und das wurde immer ein bisschen besser. Und dann alle gucken sie auf die Frau. Wo wollte die Frau hin? Zur Bühne. Die Bühne war sehr hoch. Ich habe da runter geguckt. Ich dachte, die war wirklich hoch. Und dann die Treppe zur Bühne. Die war ganz wackelig. Ich dachte doch auch lieber Gott, hilf mir, dass ich da oben sicher ankomme. Jetzt kommt die Frau. Und dann kommt sie zur Bühne. Und dann kommen die Ordner. Und sie wegziehen. Und die sagt ziemlich, ziemlich strikt No! Und ich sage, was willst du? Ich muss auf die Bühne. Was will die auf der Bühne? Was willst du auf der Bühne? Ich habe meine Krücken da oben hingestellt. Und Gott hat mir gesagt, wenn ich auf die Bühne gehe, dann werde ich geheilt. Ich dachte, das ist verrückt. Warum kann Gott die nicht da oben heilen? Und musst du dann die ganzen Wege runterkommen, alle starten und dann auf die Bühne. Okay, habe ich gesagt, komm hoch. Und dann bin ich runter. Und sie sagt, komm, ich helfe dir. Nein, sagt sie. Nein. Ich muss alleine da hoch. Wie sagt ihr, Gott hat es gesagt? Ja. Oh, ich habe gebetet. Lieber Gott. Die Bühne, die Leiter ist so wackelig. Ich bin dann hoch. Und dann die Frau, das hat gedauert. Ich dachte, Hilfe. Und auch die Leute. Was machen die da? Was machen die da? Und die Ordner, die waren ärgerlich. Endlich kommt die auf die Bühne. Und ich war so froh, dass die Heile da oben ankam. sie betritt die Bühne, geht zwei Schritte, dann springt die so hoch. Halleluja! 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 Gott ist irgendwie verrückt. Warum kann er das nicht normal machen? Warum kann er das nicht normal machen? Normal! Ja, man geht zu der Frau, man lichtet die Hände auf, man betet für sie. So normal. Gott ist so verrückt. Der Blinde hat die Matsche auf den Augen. Und dann denkt er sich, oh, 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 was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Oh, ist das demütigend, ist das demütigend. Wie viele Leute werden das sehen? Wie viele Leute werden das sehen? Und dann hört er, wie Jesus sagt, jetzt geh mal endlich zum Teich und wasch dich ordentlich. Was hättest du gemacht? Was hättest du gemacht? Mann, der Typ, der hat mich dreckig gemacht. Und jetzt sagt er, ich soll mich waschen gehen? Das soll Jesus sein? Der Messias? Nee, das mach ich nicht. Hätte er auch machen können. Der geht zum Teich. Der wäscht sich. Und dann, oh, das ist ein schöner Mann. das erste Mal sieht er sich im Wasser. Und dann, juuuuh! Komplett geheilt. Ist das nicht verrückt? Das ist doch total verrückt. Der Heilige Geist hat Jesus immer geführt und ihm immer gesagt, wie er was machen soll. Und ich habe gestern die blutflüssige Frau erwähnt. Die gesagt hat, mir ist alles egal. Mir ist egal, was die Leute denken. Mir ist egal, was die ganzen religiösen Führer denken. Mir ist egal, was das religiöse Gesetz sagt über mich. Ich werde eins machen. Ich werde zu diesem Jesus durchdringen. Und ich werde ihn berühren. Das ist meine einzige Hoffnung. Und dann geht sie los. Setzt alles auf eine Karte. Aber auch alles. Sie war eine Frau. Frauen in Israel. Zweite Klasse. Sie war aussätzig. Das geht gar nicht, unter die Menschen zu gehen. Ihr war alles egal. Und dann hat sie sich durchgedrängelt. Jesus war wieder umgeben. Alles viele Leute um ihn. Das war gar nichts, gestern Abend, als ihr hier hochgekommen seid. Das war noch bequem. Bei Jesus war das viel schlimmer. Der war so von Menschen umgeben. Er konnte fast nicht mehr atmen. Die Leute traten sich. Und dann kommt diese Frau. Hat nur eins im Sinn. Ich werde ihn beim Saum seines Gewandes berühren. Und er berührt sie. Und dann Jesus dreht sich rum. Wer hat mich berührt? Hunderte von Leuten haben ihn berührt. Und die Jünger, die haben mal wieder gar nichts verstanden. Wer hat dich berührt? Tausend haben dich berührt. Und Jesus hat gesagt, nein. Eine Person. Denn. Denn. Ich habe eine Kraft gespürt, die von mir ausgegangen ist. Ich habe eine Kraft gespürt, die von mir ausgegangen ist. Und dann kam die Frau und hat es bekannt. Und Jesus redet mit ihr. Und sagt, dein Glaube. Dein Glaube. Hat dich gesund gemacht. Liebt ihr es, Jesus anzubeten? Ich liebe es. Und heute Abend, diese mongolische Anbetung hat mir so gefallen. Das war schon kräftig. Und manchmal habe ich gedacht, das ist das Grösste, was es gibt. Jesus anzubeten. Den König der Könige. Aber es gibt etwas viel, viel Besseres, mit dem wir Jesus ehren können. Denn Anbetung hat er im Himmel. Und auf Erden. Alles ist voller Anbetung. Aber im Himmel hat er eine Sache nicht. Und wir beten ja ständig. So wie im Himmel. So auf Erden. Stimmt's? So wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn du wissen willst, wie es im Himmel ist, dann liest du eine Offenbarung. Und da siehst du, da hat er Gebet und da hat er Anbetung und Herrlichkeit. Alles ist da. Und ich habe als junger Christ schon immer gefragt, Gott, wie kann ich dich beeindrucken? Wie kann ich meinen himmlischen Vater beeindrucken? Ich habe einen sehr guten Vater gehabt. Und der hat mir viele Wünsche erfüllt. Und eines Tages wollte ich so einen Werkzeugkasten haben. Und dann habe ich gebettelt, Papa, kaufe mir diesen Werkzeugkasten. Und er sagte, na, du bist ein bisschen zu jung dafür. Und dann habe ich mir seine großen Schuhe angezogen. Riesige Schuhe. Und dann habe ich die angezogen. Und dann habe ich gesagt, Papa, ich bin so groß wie du. Ich bin ein großer Junge. Und er sagte, du bist zu klein für den Werkzeugkasten. Aber sein Herz wurde weich. Und dann bekam ich den Werkzeugkasten. Das war toll. Das war alles drin. Eine Säge. Eine Pfeile. Eine Zange, einen Hammer. Oh, was da alles drin war. Jetzt wollte ich meinem Papa zeigen, dass ich ein großer Junge bin. Dass ich den Werkzeugkasten gut gebrauchen kann. Also habe ich mir so eine Hacke genommen. Und bin zu unserem Wohnzimmertisch gegangen. Und habe die ganze Ecke aufgehackt. Habe den kaputt gemacht. Und dann habe ich die Pfeile genommen. Und habe es wieder heile gemacht. Und zum Schluss habe ich noch so Farbe drüber getan. Und ich dachte, mal gucken, ob mein Papa das merkt. So, der kommt von der Arbeit nach Hause. Und das Erste, was er sieht. Der Tisch ist kaputt. Wer war das? Und ich dachte, oh, nein. Warum hast du das gemacht? Ich hätte dir den Kasten nicht besorgen sollen. Und mir kamen die Tränen runter. Und ich so, Papa, ich wollte dir zeigen, dass ich das gut gebrauchen kann. Ich wollte dir eine Freude machen. Du solltest sehen, dass ich was kaputt machen kann und wieder heile. Und die Tränen kamen mir runter. Und dann wurde mein Papa wieder weich. Und dann hat er mich auf den Schoß genommen. Und er sagt, oh Junge, du bist gut. Ich war immer interessiert, als ich mein Leben Jesus gegeben habe. Wie kann ich meinem himmlischen Vater Freude machen? Wie kann ich ihn beeindrucken? Und ich merkte dann, wenn ich all die Sachen mache, die andere auch machen, das muss langweilig sein für ihn. Wenn ich mich so verhalte, wie alle anderen Christen auch, das muss langweilig sein. Dann habe ich mal gedacht, wie kann ich ihm Freude machen? Und dann dachte ich, ich gucke mal in den Himmel. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel. So auf Erden. So in meinem Leben. Und dann dachte ich, wo ist etwas, was er im Himmel gar nicht hat? Und dann habe ich all die Sachen entdeckt. Und dann eines Tages hatte ich es. Eines Tages habe ich es herausgefunden. Eine Sache hat er im Himmel nicht. Weißt du, was das ist? Glaube. Glaube. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefahren. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefahren. Und dann dachte ich, wow, ich will ein Glaubensheld werden. Ich will meinen himmlischen Vater durch Glauben ehren. Und dann habe ich gebetet. Heiliger Geist, nimm mich in die Glaubensschule. Nimm mich in die Glaubensschule. Schau mal, ich habe nie eine Bibelschule besucht. Gar nichts. Ich habe keine Zeit gehabt. Weißt du, einmal habe ich in Deutschland den Pastoren gedient. von der Pfingstgemeinde. Und wir hatten einen ganz tollen Tag zusammen. Und da waren sie, alle Generationen waren da zusammen. So ganz alte Pastoren, schon ganz alt. und ein ganz Junge. Und am Ende lagen die alle auf dem Boden. Und denen ging es richtig gut. Die versuchten, aufzustehen. Das ging gar nicht. Die waren so betrunken im Heiligen Geist. Und hatten so eine gute Zeit in der Gegenwart Gottes. Und nach Stunden kamen die erst wieder dabei. Und ich dachte, wow. Sogar die ganz Alten. Und dann kamen sie so langsam hoch. Und ich hatte schon meine Tasche in der Hand und wollte gehen. Und dann kommen so sechs, sieben alte Brüder zu mir, alles Pastoren. Und dann sagten, wir müssen mit dir reden. Ich dachte, oh weiher. Oh, die alten Brüder wollen mit mir reden. Ich dachte, was habe ich falsch gemacht. Die gucken so seriös. Ich bin nicht erinnert. Ich bin nicht erinnert. Ich bin nicht erinnert. Sonst sind wir in so eine Ecke gegangen. Bruder. Bruder. Welche Bibelschule hast du besucht? Ich so, I'm sorry. Keine. Ich habe keine Zeit gehabt. Jesus kam in mein Leben und dann war ich immer busy. Dann hat er mich immer beschäftigt. Ich wollte auf die Bibelschule. Ich habe schon die Papiere gehabt. Dann sagt er, nein. Bist du in Amerika auf der Universität gewesen? Ich sage, ich habe keine Zeit gehabt. Ich habe es doch gesagt. Hast du einen Fernkursus gemacht? Ich sage, ich habe keine Zeit. Ich dachte, was wollen die? Was wollen die von mir? Ich sage, ich habe nie Zeit für sowas gehabt. Und dann schaut mich einer an. Und dann haut er mich auch auf die Schulter. Halleluja. 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 Halleluja, Brüder. Ich habe es euch gesagt. Ich habe es euch gesagt. Das ist das, was wir brauchen. Die Kraft Gottes brauchen wir auf unseren Bibelschulen. Alles andere zählt nicht. Auf unseren Schulen ist so viel Theorie. Das ist alles so theoretisch. Und dann sind sie ausgebildet. Und dann haben sie ein Zertifikat. Und dann werden sie auf die Gemeinden losgelassen. Mit so einem Kopf. Und so einem Herzen. Und nichts passiert. Das ist das, was wir brauchen, Brüder. Die Kraft Gottes. Ich dachte, ja, gut. Genau so ist es. Es ist eine Kraft von mir ausgegangen. Ich kann dir etwas sagen. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und es war dramatisch. Ich bin in einer Nacht neu geworden. In einer Nacht von Neuem geboren. Das war kein großes Ding. Das war gar nicht kompliziert. Am nächsten Tag habe ich mein ganzes altes Leben verlassen. Und für mich gab es nur eins. Nur ein einziges. Alles für Jesus. Und dann haben wir unsere Wohnung geöffnet. Und dann kamen die Verlorenen von der Straße rein. Und dann haben wir noch eine Wohnung gemietet. Und dann kamen die Verlorenen rein. Und dann haben wir noch eine Wohnung gemietet. Und dann kamen die Verlorenen rein. Wer hat das bezahlt? Der Vater. Was der Vater bestellt, das finanziert er auch. Nur was der Vater nicht bestellt, das finanziert er auch nicht. Und nach drei Monaten war ich so müde. Mit diesen Leuten zusammen. Alkoholiker. Heroinabhängige. Psychisch Kranke. Dämonisch Belastete. Obdachlose. All diese Leute kamen zu uns. Und haben mit uns zusammen gelebt. Wir waren in keiner Kirche. Wir waren Kirche. Wir wussten es noch nicht. Und wir haben Wunder über Wunder erlebt. Und die Versorgung Gottes. Aber nach drei Monaten war ich so müde. und meine Frau war noch müde. Die war kurz vor einem Nervenzusammenbruch. 24 Stunden Dienst mit solchen Leuten. Du hast keinen Feierabend. Du hast noch nicht mehr einen Raum für dich privat. Und ich dachte, oh Gott, ist das das Leben mit dir? Jesus. Du hast es gut gehabt. Nach drei Jahren bist du wieder in die Herrlichkeit gegangen. Aber ich werde länger als drei Jahre leben. Wie kann man das überleben? Und ich hatte solche Fragen. Ich dachte, was mir fehlt, ist Kraft. Ist Feuer. ist ein Brennen. Sonst hält man das nicht aus. Das geht nicht. Ich meine, so ein Leben funktioniert schon nicht. Und wenn dir so ein halbes Leben mit Jesus führt, das funktioniert noch weniger. Also haben wir gebetet. Wir haben keine Lieder gesungen. das war uns alles zu doof. Wir haben weltliche Rockmusik gehört. Frommer Musik. Wie langweilig. Aber wir haben gebetet. Wir haben die Bibel gelesen. Wir haben evangelisiert. Jeden Tag. Und jeden Tag kamen Menschen zum Glauben. Aber wir waren so müde. Wir waren, das waren wir so müde. Aber gebetet. Gott gibt es einen Weg hierdurch. Dann habe ich die Bibel aufgeschlagen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Weiter habe ich nicht gelesen. Ich habe nur gelesen, ihr werdet Kraft empfangen. Und ich dachte, das ist es. Das ist es. Ja, wir haben es. Wie kommen wir da rein? Wie können wir das erfahren? Was wir über Gott wissen, hilft uns nicht. Der Teufel weiß mehr über Gott als du. Der Teufel kennt seine Bibel besser als du. Wir brauchen Erfahrung. Realität. Geistliche Realität. Und da haben wir gebetet. Gott, Kraft. Und da haben wir Pfingsten gelesen. Miltari hat davon gesprochen. Dann dachte ich, Mann, das war was. Boah, Feuer vom Himmel. Wind. Und dann, was auch immer das war, einzelne Flammen auf den Gläubigen. am Brausen. Und dann waren die so verändert. Die Bibelschirle, die ich nicht verstanden habe, dass die anderen, die religiösen Leute, die haben gedacht, die haben Wein getrunken. Alkohol. Die da schon wieder, die Jesus-Jünger. Am frühen Morgen sind die schon alkoholisiert. Ich dachte, was ist denn das? Wo erkennen die das denn dran? Also ich war Alkoholiker. Ich weiß, wie man dann wirkt. Das habe ich aber noch nicht wieder mit in Verbindung gebracht. Aber wir gebetet. Kraft Gott, Kraft. Und nichts ist passiert. Mann, war das frustrierend. Du betest und nichts passiert. Ich habe mir gesagt, Gott, was ist falsch mit uns? Keine Ahnung. Antwort. Und dann nach sieben Tagen plötzlich. Boom. Boom. Ja, boom. Boom, 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 boom. Und ich stand da. Was ist das? Und dann haben die die Hände gehoben. In Deutschland betet man nicht so. In Deutschland geht man in die katholische Kirche, in die evangelische Kirche. Und dann ist man ganz still. Gott nicht stören. Und man betet zu. Und die auf einmal singt er in dieser Sprache und singt er in dieser Sprache laut, 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 das ist komisch. Und dann kommt mein bester Freund. Der kommt zur Tür rein. Boom. Ich habe mich so erschrocken. Ich habe mich so erschrocken. ich merkte, das war von Gott. Aber ich war nicht dabei. Ich war draußen. Kennst du das? Du siehst, wie Gott bei den anderen arbeitet. Du siehst, wie Gott bei den anderen wirkt. Aber du bist draußen. Das war wie so eine unsichtbare Wand. Und ich dachte, Gott, ich will da rein. Und ich hatte so einen Krieg im Kopf. Ich konnte das nicht verstehen, was da passiert ist. Ich bin ein Deutscher. Deutsche wollen alles verstehen. Man nennt uns das Volk der Dichter und Denker. Also Deutsche sind clever. Und ich stehe da und sehe das alles. Und denke, was ist das? Ich verstehe das nicht. Gott, ich verstehe das nicht. Und Gott sagt, ich verstehe dich auch nicht. Ich habe gebetet, lieber Gott, hilf mir. Ich will da rein. und dann steht einer auf und dann habe ich zum ersten Mal gehört, wie jemand prophezeit. Er hat unter dem Heiligen Geist. Er hat unter dem Heiligen Geist. Und dann spricht er so zu mir. So spricht der Herr. Und ich dachte, was? Das geht doch nicht. Das dürfen nur die alten Propheten im Alten Testament. und die sind alle tot. Der darf das nicht. Ich kenne den. Der hat noch so viele Probleme. Und heute Morgen hat er noch Haschisch geraucht. Und der steht da vor mir. So spricht der Herr. Was hat er denn gesagt? Beuge dich. Lege deinen Stolz ab. Dann wirst du empfangen. Das ging so rein ins Herz. Ich bin auf die Knie gefahren. Ich will dich verstehen. Das ist Stolz. Und dann kam der Heilige Geist. Drei Tage und drei Nächte. Ich bin geistgetauft worden, drei Tage und drei Nächte. Ich wollte da nie wieder raus. Ich dachte, jetzt habe ich den Himmel erreicht. Ich wollte da überhaupt nie wieder raus. Was haben wir so eine Gegenwart Gottes erlebt. Anbetung ist geboren worden. Weißt du, Gott ist Geist. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist anbeten und nicht im Verstand. Wenn wir Lieder singen im Verstand, ist das schön. Aber wenn wir anbeten im Geist, dann erreichen wir das Herz Gottes. Und so haben wir im Geist angebetet. Nach drei Tagen dachte ich, ich muss was machen. Da waren so viele aus unserer Gemeinschaft, die das nicht miterlebt haben. Dann habe ich zu meinen Freunden gesagt, wir müssen los, wir müssen überall gehen. Wir müssen die Hände auflegen. Dann sind wir losgegangen. Und dann trafen wir eine Gruppe von uns mitten in der Stadt mitten auf der Straße und die gucken uns an und sagen, was ist mit euch los? Ich gucke so an mir runter und dann sagt jemand, der Geist Gottes ist los. Dann haben wir ihn auf der Straße die Hände aufgelistet. Und die sind alle auf der Straße so geist getaubt worden. sie lagen auf der Straße. Neulich war ich in Deutschland. Ich habe Konferenz gepredigt. Ach du liebe Zeit. Da waren so viele ältere, ganz ältere, die kamen schon mit Krücken und G-Dinger. Ich mache eine lange Geschichte kurz. Der Geist Gottes hat die so berührt. Der hat diese Leute geheilt. die brauchten keine Stücke mehr. Die brauchten keine Gehhilfe mehr. Dann bin ich mit einem Freund in den Supermarkt gegangen. Du wirst das nicht glauben. Da lagen ein paar alte Leute im Supermarkt auf der Erde. Die versuchten einkaufen zu gehen und konnten nicht, weil die so im Heiligen Geist waren. die waren so betrunken im Heiligen Geist und die Leute blieben überall um sie rum stehen und manche sagten diese alten Leute also dass die jetzt so voll Alkohol sind und eine alte Oma auf der Erde das ist nicht der Alkohol das ist Jesus und dann fing die an zu predigen und immer mehr Leute kam und dann konnten wir Leute zu Jesus führen der Hammer der liegt auf der Straße und ich denke boah was ist das dann gehe ich in die Diskothek da waren wir immer in der Diskothek und ab und zu haben wir mit genommen der hat sich dann bekehrt es war die berühmteste Diskothek in unserer ganzen Region jetzt gehe ich voll Geistes in die Diskothek ich spüre das Energie die Müdigkeit ist weg wenn im Geist gehst wenn du im Geist gehst ist es schwer zu sündigen es ist nicht möglich wenn du im Geist gehst das ist was im ersten johannesbrief steht also ich dann in die Diskothek also eine richtig weltliche Diskothek Drogen Heavy Rockmusik ich in die Diskothek und spreche mit dem Diskothek und er gibt sein Leben Jesus was war einfach heute dann geht er und nimmt das Mikrofon und verkündigt Jesus in der Diskothek und fängt an Jesus Musik zu spielen dann kommt der Boss von der Diskothek das geht nicht das geht doch sagt er dann schweiß ich dich raus du bist gekündigt worden am nächsten Tag gehe ich wieder in die Diskothek ein neuer Diskothek ich dachte ich gehe gleich wieder zum Diskothek ich wieder zum Diskothek Jesus liebt dich meinst du das echt du kannst dein Leben Jesus geben aber wirst du alles neu machen alles wird er neu machen wie geht das zu Jesus geführt der nimmt das Mikrofon und spricht über Jesus in der Diskothek ich habe gerade Jesus angenommen ich habe gerade Jesus angenommen das ist cool kommt der Boss spielst du gleich auch noch Jesus Musik gute Idee gute Idee und du musst Jesus annehmen dann spricht er mit ihm über das Mikrofon über Jesus das ist spannend der Boss hat auch raus geschmissen ich nächsten Tag wieder in der Diskothek wieder neuer Diskothek ich wieder zu ihm hingegangen Jesus liebt dich ich habe es immer einfacher gemacht immer einfacher er hat sich bekehrt nimmt das Mikrofon hey wollen wir mal ein bisschen Jesus Musik machen dann kommt ein Kellner vorbei der hat immer die Getränke serviert ich sag du musst Jesus annehmen okay wie geht das dann haben die Kellner sich alle bekehrt dann haben sich die Besucher alle bekehrt und dann wurde die berühmteste Diskothek unserer Stadt wegen Jesus zugemacht der Heilige Geist macht einen Unterschied Amen der Heilige Geist macht einen Unterschied die Kraft Gottes die macht den Unterschied ein Leben mit Jesus ohne Kraft das ist wie ein iPhone ohne Akku ich weiß nicht ob ihr iPhone liebt in Mongolei für mich ist das ganz tolles Tool Es ist teuer es kann vieles eine super Erfindung heute morgen habe ich schon mit den Philippinen kommuniziert mit Deutschland ich habe mein Büro hier in der Tasche jede Menge Musik da drauf die Nachrichten aus aller Welt da drauf schöne Filme auch da drauf 6000 Fotos habe ich gerade da drauf also super Teil aber es hat einen Schwachpunkt der Akku geht schnell leer und dann hast du das teure iPhone und du kannst nichts damit anfangen nichts teuer aber wertlos nutzlos absolut nutzlos du bist wertvoll du bist so wertvoll und wenn du dein Leben Jesus gegeben hast dann bist du noch wertvoller denn dann kommst du in das hinein was Gott für dich eigentlich bereitet hat da liegt eine Bestimmung auf deinem Leben Gott hat dich geschaffen aus Liebe du bist einzigartig du bist kein Zufall du bist ganz bewusst von deinem himmlischen Vater geplant niemand ist so wie du niemand und Gott hat etwas wunderbares für dich geplant und nur du kannst das erfüllen nur du niemand kann das erfüllen was Maltari erfüllt niemand kann das erfüllen was Rachel erfüllt niemand kann es erfüllen was Tom und Heidi oder Ogi das ist einzigartig und wenn du nicht in deine Bestimmung kommst dann wird das nicht getan das wird nicht getan das ist das grösste was es gibt dass du erlöst bist gerettet befriedet mit dem Vater und dann kommst du in deine Bestimmung aber ohne Kraft geht das gar nicht du wirst sehr schnell müde werden der Heilige Geist hat mein Leben total verändert er komplett verändert was war das manchmal mühsam der Heilige Geist ändert alles auch dein Charakter der Heilige Geist verändert den zu mir sind Leute gekommen du willst ein Christ sein so Papstoren sind zu mir gekommen du willst ein Christ sein ich liebe Jesus und dann habe ich dabei geraucht und dann haben sie mir gesagt ein Christ raucht nicht das war neu für mich warum raucht ein Christ nicht ich habe keine Drogen mehr genommen aber geraucht habe ich dann stand sie vor mir ein Christ raucht nicht warum nicht haben sie mir gesagt wenn Gott wollte dass du rauchst dann hätte die Nase verkehrt rum angebaut ein Schornstein ich dachte das ist das ist komisch komisch und dann eines tages kommt der heilige geist und sagt weisst du was dein körper ist der tempel des heiligen geistes und du zerstörst ihn mir ist die zigarette aus der hand gefallen nie wieder geraucht ich habe 80 zigaretten jeden tag geraucht meine finger waren so gelb dass die haut abgefallen ist und dann sollte ich heiraten und ich dachte habe heiraten das ist was für altmodische leute da haben so ein paar christen uns kennengelernt und dann haben die gesehen wir sind nicht verheiratet die sind fast verrückt geworden die sind wirklich fast verrückt geworden das ist wilde ehr ich dachte was ist das ist unehrenhaft wieso bei gott muss man verheiratet sein dann habe ich gesagt ich bin mit meiner frau zusammen wir haben uns beide bekehrt mit meiner freundin und vor gott sind wir verheiratet und diese christen das sind doch keine christen und dann ein paar tage weiter gelebt paar tage weiter mit jesus gelebt kommt der heilige geist und dann spricht er mit uns über christliche ehe und familie und dann sind wir schneller getraut gewesen wie unsere beine uns tragen konnten halleluja leiterschaft ist biblisch eigentlich soll die gemeinde ganz anders aufgebaut sein apostel propheten propheten hirten lehrer evangelisten darauf soll die gemeinde gebaut sein damit die heiligen in das reinkommen was maltari gepredigt hat aber heute haben wir sehr viel einseitigkeit wir haben nur pastoren ihr lieben das muss schief gehen und das geht weltweit schief deswegen gibt es unter anderem so viel spaltung aber zurück zur kraft gottes der heilige geist macht den unterschied und ich liebe es wenn der heilige geist wirkt schau mal wir sind hier zusammen in der gegenwart gottes amen warum in aller welt brauchst du einen aufruf warum in aller welt brauchst du einen aufruf für heilung warum in aller welt brauchst du einen aufruf für dies das und jenes der heilige geist ist hier der spricht zu dir berührt dich der handelt an dir der heilt dich da wo du bist du musst gar nicht nach vorne kommen es sei denn er sagt dir das weißt du neulich war ich in einem Meeting und da meldet sich so ein Mann und ich denke der hat eine Frage dann habe ich zu ihm gesagt ja wir können später sprechen ich werde später deine Frage beantworten und er sagt ich habe gar keine Frage ich sage warum meldest du dich denn dann in der Schule meldet man sich in Deutschland wenn man eine Frage hat ich habe gar keine Frage ich sage warum meldest du dich ja Gott hat mir gesagt ich soll mich melden für was dann werde ich geheilt also habe ich mich gemeldet und bist du geheilt ja klar ich sage von was von Asthma von schwerer Bronchitis er sagt ich habe mich gemeldet und dann ist was von mir weggegangen und ich fühle mich so entlastet es geht mir so gut am nächsten Tag kommt er mit seiner ganzen Familie wieder und dann wollen sie alle mit mir reden was ist los unser papa hat heute nacht das erste mal ohne atem und maschine geschlafen der braucht nachts immer eine atem ist total frei mädelt er sich einmal war ich in einem Meeting das war verrückt aber ich liebe diese Meetings ich predige über Wiedergeburt du musst von neuem geboren werden sonst wirst du das Reich Gottes nicht sehen wenn du nicht von neuem geboren wirst dann siehst du alles mögliche dann siehst du Probleme dann siehst du nur menschliche Sachen du siehst alles du siehst Funktionen du siehst Positionen du siehst alles mögliche aber nicht das Reich Gottes du siehst Leute die beten du siehst Leute die singen du siehst Leute dies und das tun aber du siehst nicht das Reich Gottes deswegen hat Jesus gesagt du musst von neuem geboren werden wenn du nicht von neuem geboren bist wird alles schwer wenn du nicht von neuem geboren bist kannst du die Stimme Gottes nicht hören so viele Christen kommen zu mir bitte mal für mich ja für was denn ich kann die Stimme Gottes nicht hören das ist komisch wenn du von neuem geboren bist hörst du die Stimme klar und klar und klarer und klarer und klarer das ist wie ein kleines Baby wenn es geboren wird es ist ganz natürlich es erkennt die Stimme der Mama es erkennt die Stimme des Papst der Papa viele andere Stimmen aber diese Stimmen werden immer vertrauter und dann sage ich ich kann nicht für dich beten ich kann nicht für dich beten dass du die Stimme Gottes hörst du musst von neuem geboren werden und so habe ich dann gesprochen wenn du von neuem geboren bist dann hast du von Gott von Gott selbst eine Bestätigung in dir von Gott die sagt du bist mein Sohn und du bist meine Tochter von Gott kommt das der Geist Gottes gibt Zeugnis deinem Geist dass du von neuem geboren bist nicht deine Frau dein Mann dein Pastor oder wer auch immer Gott selbst gibt dir das Zeugnis und da habe ich so gepredigt und plötzlich kommt ein Mann nach vorne und stellt sich direkt neben mich und er fängt zu weinen ich sage was ist dein Problem ich sage was ist dein Problem ich bin Missionar seit 20 Jahren aber ich bin nicht von neuem geboren ich suche da schon so lange kannst du mir helfen und dann wurde er von neuem geboren war der glücklich den hat es nicht mehr gehalten auf dem Sitz der kam nach vorne jetzt oder nie dann war ich in einem anderen Meeting ich liebe diese Meetings und dann gehe ich auf die Bühne dann kommt da ein Mann der hat manifestiert und er kommt da runter den Gang und die Ordner versuchen den zu halten aber der ist nicht zu halten und dann steht er vor der Bühne und schaut er mich so an ich werde verrückt ich dachte das ist komisch hier soll man frei werden und nicht verrückt ich werde verrückt ich bin gar kein Christ und ich sehe überall Engel auf der Bühne ich habe keinen einzigen gesehen und dann merke ich der Mann ist nicht verrückt das Gott ist an ihm dran ich springe runter er zurück überall Engel überall Engel ich glaube ich werde verrückt ich bin ja gar kein Christ ich sage wer bist du denn ich bin Muslim oh herzlich willkommen möchtest du dein Leben Jesus geben ja zack niedergekniet da gibt es dein Leben Jesus da kommt der Nächste er könnte gleich klatschen da kommt der Nächste und der Heilige Geist flüstert in mein Ohr gib ihm die Hand also ich runter ich gehe auf ihn zu will ihm die Hand geben er zieht sie paar Mal zurück vier Mal aber dann war ich schneller und dann hatte ich ihn und dann schreit er Feuer ich habe mich so erschrocken und dann steht er da so das ist komisch ist Gott nicht komisch Gott ist doch komisch steht er so da ich glaube es nicht und all die Leute mehr wie hier was ist mit dir denn los ich habe einen Unfall gehabt ich habe einen Unfall gehabt mein ganzer Arm war zerstört und die Ärzte haben den gut gehalten aber dieser Finger er war wie ein Stahl ich konnte ihn seit sieben Jahren nicht berühren ich sage wer bist du denn wer bist du oh sagt er ich bin Moslem ich bin sein Freund ich will sie Jesus annehmen ja da kommen noch zwei gucken was ist hier los ich sage die die bekehren sich die haben gelegen das sind unsere Freunde wer seid ihr Moslems ich sage kommt nehmt Jesus an zack 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 vier Moslems nehmen Jesus an ich dachte wie kommen die in diese Veranstaltung das ist eine Lobpreisveranstaltung das sind nur Christen ich werde sie später fragen plötzlich da sitzt ein Businessman Anzug und Schlips ich dachte der hat Geld und der steht plötzlich auf ich dachte das was macht der jetzt dann springt er auf den Stuhl und macht so das ist aber komisch und dann springt er vom Stuhl runter und dann bückt er sich und dann springt er wieder auf den Stuhl macht er wieder so ich sage was machst du da ach sagt er Gott hat mich geheilt ich sage von was mein Rücken kaputt total kaputt nächste Woche soll ich ins Krankenhaus Operation das was ich hier mache konnte ich jahrelang nicht mehr tun ob plötzlich meldet sich jemand irgendwo so was ist los eine Krankenheilung und dann noch eine und dann noch eine und dann noch eine und dann noch eine 40 Krankenheilungen und dann kommen auf einmal und dann kommen nochmal sieben Deutsche nach vorne ist es möglich Jesus anzunehmen ist ja klar niedergekniet Jesus angenommen der Heilige Geist der spricht der sagt dir was du zu tun hast der sagt dir was du zu tun hast geh zum Wasser und wasch dich geh zum Teich und wasch dich der Geist Gottes sagt dir was du zu tun hast für Heilung der sagt dir das wir machen das alles so mechanisch bei Jesus war jede Heilung anders keine einzige Heilung war gleich wie die andere Jesus hat nie für Kranke gebetet er hat sie geheilt das ist ein riesiger Unterschied er hat sie geheilt einmal kommt der Knecht zu ihm der Römer der Hauptmann mein Knecht ist krank Jesus boah der liegt im Sterben und Jesus sagt okay komm ich geh mit dir nach Hause und der Hauptmann sagt nö nein du brauchst gar nicht zu mir nach Hause kommen du brauchst es gar nicht zu machen sprich nur ein Wort sprich nur ein Wort ich weiß was Autorität ist wenn ich zu meinen Soldaten spreche du dies du das dann tun sie das sofort sprich nur ein Wort dann wird mein Knecht gesund und Jesus wow wow Menschen können Jesus nicht beeindrucken glaube schon glaube schon glaube kann Menschen Jesus beeindrucken und er sagt wow so einen Glauben habe ich in der ganzen Kirche nicht gefunden in ganz Israel nicht und er geht nach Hause und der Knecht ist gesund jede Heilung war anders immer anders das liebe ich so sehr an Gott das liebe ich so sehr am Heiligen Geist weil das immer alles so anders ist ich mag keine Gottesdienste die immer gleich sind schau mal wenn mir das so langweilig wird ich bin ein einfacher Mensch wie viel mehr langweilig muss das für Gott sein immer dasselbe meine berühmteste Predigt in Brasilien die ist berühmt für Jahre schon in Brasilien in ganz Brasilien also da war so eine Konferenz und die war so ein bisschen langweilig und der war so ein langes Programm vorher und ich bin so müde geworden und dann kam noch was die brauchen wirklich die brauchen wirklich Erweckung einen Haufen Programm und dann endlich komme ich zum Predigen ran nach zweieinhalb Stunden die Leute waren schon alle müde das Programm hat die so müde gemacht endlich komme ich zum Predigen da stehe ich da oben da steht mein Übersetzer und der Geist Gottes sagst du sagst nix also war ich ruhig mein Übersetzer war ruhig nach zehn Minuten sagt er fang an ich sag ich darf nicht der war ganz verwirrt ich ganz ruhig nach 15 Minuten der war so nervös der war so nervös du willst nicht anfangen ich sag ich darf nicht warum darfst du nicht der Geist Gottes hat mir verboten zu reden ich stehe da 20 Minuten mein Übersetzer fängt an zu schwitzen der ist Brasilianer er fängt an zu schwitzen und ich stehe er fängt auch an zu schwitzen halbe Stunde ich sag nix 45 Minuten ich sag nix niemand ist weggelaufen das war ein Wunder 45 Minuten Brasilianer voller Temperament sitzen da 45 Minuten ich sag nix und dann sagt der Heilige Geist und jetzt kannst du wieder auf deinen Platz gehen ich hab nix gesagt ich gehe mein Übersetzer was machst du der Heilige Geist hat gesagt du kommst wieder hin ich mich da hingesetzt und dann gehen ein paar Leute raus ist das alles peinlich ist das alles so peinlich nächsten Morgen kommen wir wieder zusammen und dann fällt der Heilige Geist boah was fällt der Heilige Geist und ich hab immer noch diese Frage warum das vorher warum muss ich so ruhig sein warum kann ich nicht auf meinem Stuhl sitzen und darf 45 Minuten ruhig sein nein ich stehe vor allen Leuten 45 Minuten ruhig und dann sagt der Geist Gottes zu mir schau mal guck mal wie einfach das ist heute ach ja hab ich dir nicht gedacht siehst du ich sag warum ist das so einfach dann sagt er die stören Friede sind jetzt alle weg in der unsichtbaren Welt gibt es einen Kampf und er ist gegen die Kraft Gottes die Kraft Gottes du musst sie willkommen heißen du musst sie Kraft Gottes umarmen du musst die Kraft Gottes lieben das Reich Gottes steht nicht in Worten das Reich Gottes steht in Kraft die Gemeinden werden tot gepredigt in den Gemeinden werden die Christen tot gepredigt überleg mal wie viele Predigten wie viel Lehre und was ist das Resultat wake up wake up es ist nicht das Kopf das Kopf das ist die Kraft Gottes unser Glaube muss gegründet sein auf der Kraft Gottes letzten Samstag hatten wir einen Gottesdienst ach war das herrlich und die Kinder wir haben so viele Kinder bei uns wir haben keine Kinderstunde wir glauben die beste Kinderstunde ist in der Gegenwart Gottes so wie bei Jesus die wollten die auch wegschicken die Kinder aber Jesus hat gesagt nein 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 kommt alle schön zu mir und wir haben die Kinder bei uns und die malen im Heiligen Geist die tanzen im Heiligen Geist und am letzten Samstag kam der Heilige Geist auf sie und dann lagen die alle auf der Erde ganz kleine Teenager Teenager waren die Ältesten und der war so eine Gegenwart Gottes und dann wurden Leute geheilt und ich dachte wow das ist Reich Gottes das ist spannend das wird Gott hier wohl tun bei den Kindern wir hatten einen Gastprediger einen Sprecher er guckte sich das alles an der Gottesdienst ging zu Ende und dann hatte ich so den Eindruck wir sollen noch für den Gastredner beten dann habe ich die Kinder alle geholt und die anderen alle aufstehen lassen komm wir wollen den Mann Gottes hier segnen und dann haben die alle gebetet und die Kinder standen alle um ihn rum und auch gesegnet und dann gehe ich so zu einem kleinen Mädchen ich sage komm mal her leg dem Pastor die Hände auf und sie sorry ist okay da war ein anderes kleines Mädchen das war ganz klein ganz klein das ist die ich 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 er wusste nicht sie ist das der Pastor die Hände auf hat sie die Hände aufgelegt kam aber voll die Power und dann fing die Kleine an zu prophezeien woher hat sie prophezeit mir sind die Augen aus dem Kopf gefahren und die prophezeit über den Mann und der rutscht vom Stuhl runter der Kraft Gottes war auf hier und dann macht sie eine Pause und dann dachte ich jetzt ist sie fertig dann sagt sie oh Gott will dir noch was sagen dann macht sie wieder Pause dann kommt ein anderes kleines Mädchen und sie nimmt das Mikrofon und dann fängt sie an zu singen boah hat sie gesungen frisch inspiriert vom Heiligen Geist und die ganze Versammlung geht in die Anbetung wenn wir mit dem Heiligen Geist leben dann wird das so spannend dann wird das so spannend werdet voll Geistes werdet voll Geistes damit euer Glaube ein Fundament hat das Fundament der meisten Christen ist Theologie das Fundament der meisten Christen ist Lehre das Fundament der meisten Christen ist irgendeine Philosophie Ideologie oder Theorie das kann nicht das Fundament sein sagt Paulus das kann nicht das Fundament sein sagt Paulus das Fundament eures Glaubens muss die Kraft Gottes sein und die darfst du empfangen und die darfst du genießen und du brauchst keine Furcht zu haben und du brauchst dich nicht kontrollieren ach man diese Kontrolle was wird passieren ich sag dir wenn du dich öffnest für den Heiligen Geist dann werden Sachen in deinem Leben passieren die kein Mensch hinkriegt du wirst innerlich geheilt du wirst befreit du wirst bevollmächtigt du fängst an dich so in Jesus zu verlieben wie du es nie gedacht hast du musst die Kraft Gottes empfangen wirklich empfangen bevor wir beten